Thema dieses Films ist der Bandwurm. Bandwürmer gehören zu den Endoparasiten. Dies sind Organismen, die im Körper anderer Lebewesen leben, die dann als Wirt bezeichnet werden. Auch der Mensch stellt für viele Parasiten einen Wirt dar. Zu den Parasiten, die den Menschen befallen, zählen der Rinderbandwurm und der Schweinebandwurm. Diese nutzen Rinder bzw. Schweine als Zwischenwirte, um so in den Körper des Endwirtes, hier also des Menschen, zu gelangen. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.